Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Episode Nummer 14 ist am Start und heute geht es gegen den FC Arsenal und gegen West Ham United. Das heißt, wir haben zweimal, ja richtig, zweimal die Ehre gegen einen londonschen Gegner zu spielen. Des Weiteren sind wir im Transferfenster, können dementsprechend Spieler verpflichten oder auch verkaufen. Und wenn euch das Ganze heute gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben, da die erste Entscheidung treffen wir direkt mal. Und zwar ist das, dass wir tatsächlich den Kollegen Depp verpflichten von Startrennen für einfach nur Wilfried Saha. Der möchte ein bisschen viel Gehalt, allerdings können wir das ihm natürlich auch geben. Dazu vier Jahresvertrag, essentieller Stammspieler und der Franzose soll im Idealfall zu uns kommen. Das ist auf jeden Fall ein Like wert, würde ich sagen, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, der Daumen nach oben ist die beste Art und Weise, das zu zeigen. Wir machen mal wieder Training, das ist auch nicht sonderlich überraschend, denn unsere Spieler müssen sich natürlich noch an einigen Belangen verbessern. Denn wir stehen zwar relativ gut da in der Tabelle, aber haben teilweise immer noch so Spiele, wo man sich denken könnte, meh, das geht auf jeden Fall noch besser und von daher, warum nicht trainieren. 3-2-1 und go, da haben wir D, B, A, C, B, das ist also in Ordnung. Mitrovic mit dem D bei Chancenerarbeitung, aber in Ordnung, dafür hat Aarons halt das A. Gut, Simulation läuft weiter und wir sind schon einen Tag volles Spiel gegen Arsenal und jetzt kommt die Bestätigung für den Transfer von Paul George. Ein Tab, der kommt, wie gesagt, von Startrennen und zwar für Wilfried Zaha, einfach nur, was natürlich sehr, sehr nice ist. Wir haben noch ein paar Spieler, die wir beobachten, unter anderem Jordan Botaka, eigentlich nicht so interessant, aber falls das gilt, deswegen beobachte ich ihn. Und wir machen, würde ich sagen, noch die Aufstellung vor dem Spiel gegen einen Londoner Topklub. Die stehen, soweit ich sogar weiß, direkt vor uns in der Tabelle. Das heißt, wir können an die ranrücken, wenn wir wirklich gewinnen. Allerdings sind wir diese Saison nicht so stark. Zwar gegen Top-Teams sehen wir immer gut aus, aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Roberts kommt wieder auf die Bank, ihr habt gesagt, Max, pusht den ein bisschen. Ich habe nachgeguckt, sein Potenzial ist nicht so krass. Wir haben einen anderen Jugendspieler, den wir in der Episode auch noch sehen werden. Mal sehen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Mal sehen, was da passieren wird. Jetzt gehen wir erstmal ins Spiel gegen die Gunners. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich im Idealfall mit zumindest einem oder drei Punkten. Newcastle United zu Gast im Emirates Stadium. Die McPies also bei den Gunners. Momentan trennen diese beiden Teams gerade mal ein einziges Tabellenplätzchen voneinander. Das sollte heute eine besonders interessante Partie werden. Das Stadion natürlich ausverkauft. Wunderbares Flutlichtspiel. Besser kann es die Premier League gar nicht malen. Arsenal mit zwei Punkten Vorsprung. Newcastle könnte also vorbeiziehen. Das bessere Torverhältnis hatten sie sowieso schon. Und sie könnten sogar weiter aufschließen an die Champions League-Plätze der Barclays Premier League. Bei einer Niederlage sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Dann baut Arsenal den Vorsprung auf. Bei den Unentschieden bleibt alles, wie es ist. Und die Gunners, die gingen mit einem Mann ins Spiel, der im letzten Partie zwei Tore erzielt hat. Und zwar Javier Pastore, der von Paris Saint-Germain neu verpflichtet. Argentinier auf der anderen Seite. Alexandre Pato, der drittbeste Schütze der Barclays Premier League mit acht Treffern zur Zeit. Also auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Wenn man sich zumindest die Statistiken anguckt. Von den Namen her natürlich Asens im Vorteil. Und deswegen gucken wir uns auch direkt mal die Aufstellung dieser beiden Teams an. Da haben wir bei Arsenal im Tor, Petri Cech, der ehemalige Mann vom FC Chelsea. Debussy, Mertesacker, Gabriel, Monreal, Wilshere, Ramsey, Özil, Walcott, Welbeck. Und natürlich Javier Pastore, gerade angesprochen. Auch der Bankspieler wie Joel Campbell, Oxlade-Chamberlain oder auch Hector Bellerin. Das heißt auch da noch ordentlich Potenzial. Die Fans, ja, sie waren relativ erfreut über ihre Mannschaft, wie sie momentan präsentiert. Auf der anderen Seite Tim Kröhl, Jan-Wattenbemba, Can in der Händenverteidigung für Pogba. Haidara auf der Linksverteidigerposition, Sissoko, Tioti auf der Doppelsechster, Forthovar, Aarons, Weynaldum und natürlich Alexandre Pato. Das erste Mal auf der Bank, Paul-Georges, ein Tapp. Der wurde neu verpflichtet von Startrennen in einem Tausch für Wilfried Sahar. Der hat einen deutlich niedrigen Marktwert. Eigentlich hat der Renn trotzdem das Angebot für den Engländer akzeptiert, beziehungsweise den Engländer als Angebot akzeptiert. Und dementsprechend war der Franzose zu Newcastle dazugestoßen. Wir gehen rein in die Partie und es ging relativ interessant los. Denn natürlich im Fokus Mesut Özil ein bisschen, immer gegen die deutschen Trainer. Ja, ist er besonders stark. Hier sehen wir eine wunderbare Aktion von ihm. Allerdings dieser Finesse-Schuss, beziehungsweise der angedrehte Schuss, landet in den Armen von Tim Kröhl. Auf der anderen Seite die erste Chance nach der Flanke von Tioti. Da ist Weynaldum, aber der Köpft am Tor vorbei. 25 Minuten waren das schon durch. Es war allgemein eine relativ langweilige Partie. Kein Chancenspektakel, zwar einige Gelegenheiten auf beiden Seiten und schöner Fußball, allerdings keine wirklichen Chancen. Auf der anderen Seite, ja, auf des Platzes, dann mal wieder eine Gelegenheit für den FC Arsenal. Debuschi ist das ehemaliger McPie. Verzieht hier aber knapp am Tor vorbei. Hätte gegen die ehemaligen Fans und gegen die ehemaligen Kollegen natürlich gerne getroffen. Zweite Halbzeit dann ein Fehler in der Defensive von Arsenal. Aber Pato kann ihn nicht ausnutzen. Weynaldum mit der Nachschusschance. Aber auch die abgewertet die Chelsea, die Arsenal-Defensive schwamm ein bisschen. Allerdings konnten sie direkt nach der Halbzeit gerade noch so da retten. Dann ging Walcott aus der Partie und es kam ja richtig Santi Casola rein. Das heißt nochmal richtig Action auf dem Platz. Der Spanier ja bekannt für seine Klassenpässe. Auf der anderen Seite ging Ahrens raus und ein Tap kam zu seinem Debüt. Allerdings hatte Arsenal die nächste Chance über Javier Pastore. Das ist Santi Casola, der auf Oxlade-Champagne ebenfalls eingewechselt. Und das Özil und der scheitert gerade so an Tim Kröhl. Denn die hat dann mit einer Klasse Tat verhindert das 0 zu 1. Ein Tap setzt sich dann im Zweikampf hier durch. Allerdings liefen sie dann in ein Konter hinein. Von Arsenal in der 90. Minute. Das ist Joel Kempel. Newcastle wollte den Sieg. Und dann kam der Costa Ricaner. Und wieder kam es. Weltklasse das Tor in der 90. Minute. Was für ein Solo von Joel Kempel. Letztes Jahr ausgeliehen an der FC Villareal. Mittlerweile wieder zurückgekehrt. Und der zeigt gleich, wie wichtig er sein kann. Klasse Lauf. Und dann mit dem starken linken Fuß in die langen Ecke. Kröhl chancenlos der Innenpfosten. Hilft dann noch das entscheidende bisschen mit. Und der Ball trudelt über die Linie in den Kasten rein. Es war die letzte Aktion der Partie. Newcastle United verliert im Emirates Stadium mit 0 zu 1 gegen den FC Hasen. Das späte Tor von Kempel reicht den Gunners für den Sieg. Öse mit einer nicht ganz überzeugenden Leistung. Allerdings die McPies einfach in der Offensive auch. Viel zu unkreativ, viel zu schwach. Normalerweise durch das hohe Pressing gegen Top-Teams bekannt. Heute hatte man das nicht gesehen. Pato konnte nicht überzeugen. Pastore auf der anderen Seite aber auch nicht. Das heißt, die beiden besten Spieler, die im Fokus standen, waren nicht die Matchwinner. Das war der Costa Ricaner, der in seinem ersten Spiel in dieser Saison überhaupt das erste Tor für seinen Arbeitgeber schoss. Pato schlicht vom Platz. Weiterhin auf der Weltplatz 3 der Torjägerliste. Aber zunächst einmal gewinnen halt die Gunners mit 1 zu 0 gegen Newcastle. Wäre auch zu schön gewesen, hätten wir da wirklich 3 Punkte geholt. Einer wäre drin gewesen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das war gut gemacht von Kempel. Und das ist halt so ein bisschen blöd. Man kann es schwer verteidigen. Wenn man drauf geht, riskiert man den Elfmeter. Und das will man natürlich auch nicht, weil es dann auch Rot geben kann. Ich denke mal, ihr kennt diese ganze Geschichte. Im Endeffekt ist es auch in Ordnung, dass wir uns nicht mit Arsenal messen können. Das ist einfach ein Top-Team. Und das ist im Endeffekt auch nicht unser Maßstab. Normalerweise ist unser Ziel halt dabei im Mittelfeld. Wir können irgendwo auch froh sein, dass wir so weit oben stehen. Warum auch immer das so ist. Ich würde übrigens, das ist ja jetzt nicht ein Eigenlob stinken oder so. Aber ich würde ganz ehrlich, ja, nochmal einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad ganz geil finden. Denn letztes Jahr, oder ich weiß nicht, irgendwann gab es auf jeden Fall mal Ultimativ. Das war noch über Legende. Das gibt es ja auch in Ultimate-Team. Und Legende ist halt so ein bisschen... Naja, ich finde es nicht so schwer. Ich finde es ehrlich gesagt relativ easy. Sieht man auch immer in einem anderen Karrieremodus. Ist natürlich schön, wenn man so gewinnt. Aber im Endeffekt natürlich nicht ideal. Pato haben wir hier ein Angebot von Bayern bekommen. Wir kriegen ein Angebot von Athletic Bilbao für Krüll. Das lehnen wir aber ab. Pato, da habe ich gesagt, 51 Millionen. Der hat momentan einen Markt von 21. Und Bayern hat tatsächlich irgendwie ein bisschen zu viel Geld. Das wissen wir ja eigentlich. Und bietet nochmal ein ganzes Stückchen mehr. Ihr werdet es gleich sehen. Allerdings ist Pato ein Spieler, den ich nur sehr ungern abgeben würde. Ich könnte mir zwar auch einen neuen Stürmer vorstellen. Neuen Stürmer kaufen. Allerdings mag ich Pato halt auch einfach sehr. Und ich denke mal, ihr auch. Ihr könnt mir meine Kommentare schreiben. Wenn ich ein richtig krankes Angebot für Pato bekommen sollte. Sollte. Sollte ich ihn dann verkaufen? Das wäre wirklich mal interessant. Weil, wie gesagt, ich mag Pato. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und von daher bin ich da so ein bisschen zögerlich. Wir trainieren mal wieder unsere Mannschaft. Das ist ja mittlerweile relativ, ich sag mal, common. Können auch das erste Mal tatsächlich unseren Neuzugang trainieren. Und ich glaube, war das Lescaire am Ende da? War das Lescaire am Ende? Das war ein Bembert, den wir trainieren. Ein Tab übrigens gleich mal mit einem F. Fügt sich also wunderbar ein ins Mannschaftstraining. Also so optimal, wie es halt überhaupt nur geht. Aber in Ordnung ist er eine erste Einheit gewesen. Da wird es bestimmt noch Besserung geben. Wir lehnen alle künftigen Angebote für Tim Krüll ab. Weil wir den nicht abgeben möchten. Haben aktuell das aus Deutschland, das aber auch nicht so interessant ist. Und können dementsprechend weiter fortfahren zum Spiel gegen West Ham. Ich bin gespannt, wie das laufen wird. Und wir haben tatsächlich einmal ein Leihangebot für Jamie Lescal. Leihne für zwei Jahre an Millwall aus. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Haben dann nochmal zwei Sachen. Und zwar Bayern mit 40 Millionen Angebot. 40,5. Für Pato 45,5 sage ich, möchte ich doch ganz gerne haben. Das ist mehr als doppelt so viel wie der Marktwert. Das wäre doch in Ordnung, oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Mich interessiert es. Wie gesagt, eigentlich abmöcht ich ihn gar nicht so gerne abgeben. Gut, wir gehen ins Spiel gegen West Ham. Ich wünsche euch viel Spaß. Und die Elf verändert sich, abgesehen von Intep, nicht wirklich. Bis gleich, hoffentlich mit drei Punkten aus London. Newcastle United empfing im St. James' Park die Männer von West Ham United. Die Hammers zu Gast. Und das ist in der momentanen Zeit nicht so schön für die. Denn die stehen gar nicht mal so gut da. In der Barclays Premier League Newcastle momentan auf Tabellenplatz 5. Letzte Woche gegen den FC Arsenal verloren. Heute war der nächste Londoner Gegner zu Gast. Und der stand auf Tabellenplatz 17. Das heißt, momentan trennen diese beiden Teams unfassbare 17 Punkte nach gerade mal 20 Spielen. Das heißt, im Idealfall sollte da schon ein Sieg drin sein für die McPies. Vorheimischer Kulisse sind sie ja besonders stark in dieser Saison. Haben ja auch unter anderem Liverpool hier bereits geschlagen. Der Spieler im Fokus heute, Giorgino Veynaldum. 19 Einsätze, vier Tore, der Neuzugang von PSV Eindhoven. Gerade am Anfang sehr überzeugend momentan. Ein bisschen am schwächigen, aber immer wieder eine klasse Aktion. Und das war das, was sich die Fans natürlich auch heute von ihm erhofften. Auf der anderen Seite sehen wir hier seinen Kongendialen Pater, Alexandre Pato. Die beiden standen also in der Startelf. Krillian, Martin Bemba, Pogba, zurückgekehrt nach Verletzung. Haidara auf links. Sisoko und Tioté auf der Doppel-6. Can rückte gleich ganz raus auf die Bank. Davor Thonvan. Ein Tap erstmals in der Startelf. Veynaldum auf der 10. Und Alexandre Pato natürlich in der Sturmspitze. Auf der anderen Seite auch einige interessante Spieler. Und auch die gucken wir uns natürlich direkt an. Im Tor haben wir da wenig überraschend. Adrian, davor Jenkins in Okpona. Neuzugang von Juventus Turin. Und Winston Reed zusammen mit Aaron Creswell. Davor Morgan Amalfitano. Pedro Obiang. Chaiko Kujate. Michel Antonio. Lanzini. Und natürlich noch Andy Carroll in der Sturmspitze. Der ehemalige Top-Transfer der Barclays Premier League. Spielt bei West Ham bisher eine relativ gute Runde. Heute wollte er überzeugen, dass er auch auswärts. Gegen die so heimstarken Magpies überzeugen konnte. Wir gucken nochmal explizit auf Alexandre Pato. Hat bereits acht Saisontore gemacht in dieser Saison. In der laufenden Spielzeit. Allerdings ist er damit selber nicht zufrieden. Momentan geht das Gerücht um, dass der FC Bayern ihn ganz gerne verpflichten würde. Bei Newcastle denkt man wohl ab einer gewissen Summe über das Verlassen des Brasilianers nach. Allerdings sind wir ganz ehrlich. Der ist momentan so wichtig für die Magpies, dass es sinnfrei wäre, den abzugehen. Wir springen in die Partie und zwar in die erste Szene direkt rein. Und die ist direkt nach dem Anpfiff. Und zwar über Pedro Obiang. Der auf Carl Jenkinson. Ehemaliger Spieler vom FC Hasen. Und nochmal zurück auf Obiang. Und warum zeigen wir ihnen das? Ganz einfach. So, da war es die meiste Zeit des Spiels aus. Es war eine chancenarme Partie bis zum Gehtnichtmehr. Kontergelegenheit für Newcastle. Und das Ganze war beendet. Auf der anderen Seite Carroll da mit der ersten Riesenchance. Pogba ist dazwischen. Da sieht man gleich mal, wie wichtig der ist. Carroll ärgert sich da extremst drüber, diese Chance vergeben zu haben. Die Ecke kommt allerdings von Morgan Al-Mafitano in die Mitte getreten. Allerdings ist das dem Carroll da und fängt diesen Ball locker ab. Pogba war trotzdem wichtig, dass er wieder da war. Das sieht man auch in der Situation hier. Klasse mit dem Fuß dazwischen. Verhindert, dass Schaiko Gujate, der singende Galese, irgendwie noch an den Ball kommt. Es ging allerdings trotzdem nicht wirklich viel. Auf der anderen Seite dann in der zweiten Halbzeit bereits mal ein Torschuss von Lanzini. Und da muss sich Grölle das erste Mal in der Partie strecken. Das war ein richtig guter Versuch des Argentiniers. Allerdings brachte auch dieser Eckball wieder nichts ein. Es war eine unfassbar langweilige Partie. Lanzinis Schuss, der ist überhaupt aufs Tor. Und bei Newcastle ging allgemein überhaupt nichts nach vorne. Das war ganz erschreckend, was die zeigten. Dann wechselten sie aus. T.O.T. ging aus der Partie. Dafür kam Ayose Perez. Und für Massio Haidara, da kam Emre Can in die Partie. Das heißt auf jeden Fall nochmal ein Potenzial, beziehungsweise etwas mehr Offensivkraft auf dem Platz. Es wurde allerdings nicht wirklich besser. Es kam trotzdem die erste Chance der Partie. Ein Tap, 85. Minute mal mit einem Solo auf Alexandre Pato. Und der zieht einfach ab von der 16er Kante. Ding ist drin. Aber es zählt nicht. Der Brasilianer, dem wird sein neuntes Saisontorfer wert. Und das Ganze zu Unrecht. Wir gucken auf den Fuß. Ganz unten links am Bildrand. Der ist viel weiter hinten, als die Linie gezogen ist. Es hätte zählen müssen. Es zählte nicht. Weiterhin 0 zu 0. Und in der Nachspielzeit dann nochmal eine Chance für Jorginho. Veynaldum, der zieht ab. Aber die Niederländer haben ein Tor vorbei. Und dementsprechend bleibt es beim 0 zu 0. Und Newcastle United wird ein Sieg. Aber erkannt durch eine Fehlentscheidung. Pato stammt beim Pass von Intep. Nicht im Abseits. Dem wird also sein neuntes Saisontorfer wert. Und Intep die erste Torvorlage in der Wackers Family League. Newcastle kann damit trotzdem leben. Die nächsten Partien müssen aber wieder besser werden. Es müssen wieder mehr Punkte her. Das will MGT. Das will natürlich auch die Mannschaft. Allerdings braucht West Ham diesen einen Punkt auch sehr. Und damit können beide leben. Ein 0 zu 0 zwischen West Ham und Newcastle. Was für eine Enttäuschung. Ihr habt es gesehen. Das war eine Fehlentscheidung. FIFA kann also Fehlentscheidung. Der Fuß von, ich weiß gar nicht wem. Ich glaube von Jenkinson. War viel weiter hinten. Das ist mir gerade erst beim Schneiden aufgefallen. Das ging mir tierisch auf den Sack. Also da dachte ich, es wäre noch knapp Abseits. Aber es war einfach keins. Übrigens will Udinese den auch haben, den Pato. Aber den kriegen sie ja nicht. Gar keine Frage. Wir verpflichten mal wieder einen Spieler. Die anderen lassen wir, naja, weg. Und haben noch einen Bericht über irgendeinen gescouteten Spieler. Habe ich aber gerade nicht genau durchgelesen. Von daher, ja, egal. Aber wir gucken uns an, wer da zurückgekommen ist. Und zwar ist das Armstrong. Callum Roberts sehen wir hier. Der wenig Potenzial, den setzen wir auf der Leihliste. Armstrong hat jetzt schon einen Wert von einer Million. Und auch schon ein besseres Rating als sein Kollege. Ist glaube ich sogar noch ein Jährchen jünger. Also da können wir auf jeden Fall ein bisschen was erwarten. Leider nur zwei Sterne des Skills. Aber ich denke mal, dass der trotzdem der neue Roberts wird. Denn den werden wir jetzt richtig fördern. Wenn der Kefane, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Und ciao. Haut rein. Und ciao. Haut rein.